Versicherungen und Finanzen sind das Thema von Thomas Schäfer. Mit seiner Firma TPC-Konzept berät er Unternehmen der Gerüstbaubranche und findet seit rund 30 Jahren Lösungen rund um die betriebliche Absicherung. Der ausgebildete Versicherungskaufmann, Fachwirt und Betriebswirt ist für den Bundesverband zu den Themen Risikomanagement, Unternehmensführung und Nachunternehmereinsatz als Referent tätig. Sein Unternehmen TPC-Konzept ist Fördermitglied im Bundesverband Gerüstbau. Besonders am Herzen liegt ihm seine Tätigkeit als Referent am Gerüstbauausbildungszentrum Hansemann in Dortmund. Seine Expertise ist bei Gerüstbauern in ganz Deutschland gefragt.